Ich habe jetzt schon mal die Hyaluronsäure reingesetzt und massiere das jetzt in Ruhe, dass es dann auch sehr schön und natürlich aussieht, dass sie auch sofort gesellschaftsfähig ist und man nichts daran merkt, aber die richtige Hyaluronsäure, die ja da fehlt, jetzt wieder zurückkommt. Man sieht jetzt schon, wie schön das Ganze geworden ist, denke ich. Das ist auch ein guter Hinweis. Auf der anderen Seite kann man es, denke ich, auch gut erkennen, dass da die Falte doch tiefer ist und jetzt hier ist es halt eben weniger geworden und nach ungefähr 10 Tagen wird die Hyaluronsäure noch bisher an Masse gewinnen und dann wird es noch schöner werden. Es schaut sich das gerade im Spiegel an und sagt, das ist genau das, was sich so vorstellt. Ich denke, das sehe ich auch so und jetzt einfach mal draufdrücken.